Heute und damit willkommen zurück zu das Geklopptenprojekt, was es nicht ist und zwar Sparks Challenge. Alter, schaffst du doch immer wieder, ne? Aber Respekt. Ja, für das zweite Mal, beim letzten Mal bei der Aufnahme. Fuck, wo kommst du denn her? Alles deine Schuld. Ja, es kommt davon, wir müssen auf jeden Fall Sparks immer beenden können. Ja. Sonst wirst du noch verrückt. Wir kommen auch zu für das Geklopptenprojekt, deswegen kommt es auch davon. Sterb, Zombie, sterb. Du auch, Drixie. Soll ich spawnen, natürlich. Ich krieg dir erstmal von seinen Kollegen das Hirn auf. Ja, das will ich mit dem Gehirn verprökeln. Okay, man kann ändern, wenn er einfach nur in der Luft schlagen, das ist ganz einfach. Ja? Ja, aber wenn die einmal in der Luft sind, dann können die sich nicht teleportieren. Okay. Ich glaube, drei Schläge besiegt. Das ist auch neu jetzt. Kenn ich auch nicht. Du kannst ja auch in der Männer in den Minecrafts rein tun, dann porten die sich auch nicht weg. Okay. Oh, oh, oh. Ich schlachte hier mal ein paar Kräfergerade. Ey, Mini-Zombie. Ey, wie auf geht's? Nervig, ne, Mini-Zombies? Aber das ist so geil wie die Flitzen, ne? Ja. Das sieht so geil aus. Aber nervig ist das. Jawohl, ich hab ne Schallplatte. Yeah. Bist du schlecht. Uh, alter. Skelette, geht mir um, sagt Hundis, kümmert euch mal drum. Antaka-Hundis. Zack. Ey, Mini-Zombie nahe, kommst du mir, wir schwamm. Oh, tschüss, tschüss. Autsch. Das Misty. Guck mal, ne, noch ein paar Level. Aber Enderman werden mir irgendwie lieber. Weil ich ja nur noch 5 Enderman brauche. Oh, nee, ich hab's kaum noch Herzen. Weiß gar nicht, hab ich das immer noch auf normal? Eigentlich ja, ne? Ah, nee, ich hatte ja das auf schwer gestellt beim letzten Mal, stimmt ja. So war das, ja. Keine Ahnung. Aber das hat geholfen, einmal auf richtig zu stellen und dann wieder hoch zu, und dann aufs schwer zu stellen. Das hat richtig geholfen. Hattest du deinen letzten Kopf ein Jahr auch schon? Nein. Oh. Ich hab doch jetzt weiß ich gar nicht, wie viele noch. Einer ist hier drin. Einer hab ich nur noch. Ach ja, aber man hat noch ein bisschen gestorben, ne? War das nicht so? Aha. Ach, braune Pilze hab ich aber dazu. Boah, ich brauchst du langsam neu. Das hättest, das knistert wieder voll bei der Musik irgendwie. Oh nein, jetzt hab ich mein Hundi geschlagen, aber egal. Ja. Tut mir leid, Hundi. Boah, ihr Scheelette, ihr fickt euch. Ja, sowas sagt man nicht, ist mir doch egal. Ich kenne dich ja. So, sagt man nicht. Sowas sagt man nicht. Wie viele Pfeile habe ich jetzt? Und mit Pfeilen übersehen. Keine Schallplatte, Schumann, Eis. Eine Schallplatte, Schumann, Eis. Joll. So, ich dachte nur nicht sterben jetzt. Hi. Zombie. Hier so ist es dann. Zombie. Nein, es portet sich, das muss ich auch noch. Ich schlachte hier mal Zombie. Du auch? Zombies. Ja, schlachte ich gerne gerade. Zombies. Zombies. Zimbels. Zombies. Alter, hier hinten drei Endermänner. Und wenn ich da hingehe, sterbe ich. Man stirbt doch. Viel Spaß. Viel Spaß beim Akt des Todes. Oh, das hat sich jetzt voll komisch angehört. Akt des Todes. Ja, nackt des Todes. Ja, beim Akt des Todes. Ach ja. Was soll man dazu sagen? Nackt des Todes. Das hast du jetzt gesagt. Das war auch geil. Schlag den Zombie. Der kriegt Schaden, aber fliegt nicht zurück. Oh, Spidey. Hau ab. Was pisst du, Spinne? Du auch, Zombie. Puttern. Jam, 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 jam. Ich bin eine Enderperle, was ist denn da los? Mag dich nicht. Aha. Oh, Enderperle. Nice. Von Baum zu Baum springen. Ich bin ein Affe. Das ist ein Spinnreiter. Die nicht mal so selten sind. Ein Prozent. Ja. Ey. 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 Ich dachte, ich habe das Skelett. Die schießen immer so gut. Ja. Das nervig ist ja, wenn die im Wasser sind. Und im Wasser bist du jetzt noch langsamer. Dann kicken die dich voll zurück noch. Ja, geht auf. Nein. Verpiss dich, Enderman. Verpiss dich, Enderman. Verpiss dich, definitiv, Enderman. Sterblich. Sterb. Das war ein Leben nur noch. Oh, schade. Ich will den einfach nur noch schlagen. Nein, 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 wenn ich den schlage, gehe ich drauf. Oh, nee. Greiße. E DC. 5,5, da hinten sehe ich eine Witch. Auch vor der habe ich Angst. Was für doch immer. Da ist eine Witch. Scheiße. Da habe ich jetzt gar keine Bock drauf auf dir. Der ist wohl die alte Witch. Zack. mit solchen bekanntschaft haben wir mal einen golem kommen her das für mich ihm vergiftet ein golem greift die alte witch an war das nicht so wenn man auch schwer spielt das leichter zu sterben ja immer lieber meine haus rein das problem ist wie ging das denn noch mal f3b gut dass den heilungstrank fallen gelassen hat ich sehe jetzt die ich sehe jetzt die hitbox meines männchens das ist so geil f3b ist das f3 und b dann siehst du die hitbox der ganzen männchen und der ganzen mobs drück mal e damit dein inventar öffnen ist wenn f3b gemacht das hitbox da oben hin das habe ich bei umgespielt gesehen gehabt dass er bei rock praktikum gemacht gehabt so eine minecraft app für pvp und so dass du mit ein knopf drückt das auch aktivieren kannst gleich die hitbox ich mach dir aber aus sie sind ein bisschen kakaos und jetzt stirbt so 3 hatten stärke 4 und unendlichkeit 1 auch voll diese hitbox beim pfeil wenn du schießt was bringt die hitbox eigentlich ja zum beispiel wenn du jetzt noch nicht weiß wo du ungefähr treffen musst du darauf treffen kannst was du siehst du hast ja den inneren kreis das du nicht auf einem auf dem boden schlägst und dann nur den block triss ist ja nichts in der sache das war jetzt ein glück mit der verzauberung bin jetzt level 25 haben stack kartoffeln verbrannt mal gucken wie viel es gleich gibt ein halbes level von 25 in halb auf 26 kurz davor ein bisschen bringt das stein schon was ja wer hat denn der ganze bock darauf zu brennen eher weniger so die enderpearl wo tue ich die denn mal hin was acht kohle ja ich mache das jetzt und die öfen einzuschmeißen über ein stack koppel ok lohn tut sich das ja wenn das in massen richtig was da brauchst auch natürlich die kohle dafür so foto kohle kohle das heißt denn hier noch ok da sind acht drin das sind acht drin da sind sieben und zack ich war ein eindeutig das sortieren der kisten ja das stimmt zwei kohle sind dann noch das kann nicht einnehmen konnten auf erde kann ich pilze aufpflanzen glaube ich ich bin der meinung ja zucker das ist gut aber man kriegt diese gute stärke darauf wenn ambos kann man die verzerrungen reparieren dass sie nicht verzerrungen weg geht was ja die keine ahnung genau so wie ich keine ahnung war keine absicht doch die man nach unten ein bisschen fahren habe jetzt aber ich brauche unbedingt die aus heute diamanten tut mir ja so gar nicht leid ich habe hoffen dass der pilzraum hier so reicht ab welcher konnte man extra sprinttaste setzen weißt du das ab wann extra sprinttaste ja ja keine ahnung kann das binden da angreifen abbauen maustaste kannst du auch jetzt mal belegen keine ahnung steuerung gegenstand auf fallen lassen oder das konntest du schon vor aber schnell zugriff so mache ich mal sprinten ja links control ja toll ist aber normal ja ja das ging war vorher noch nicht erst mit 17 ja sonst hast du ja doppel weh mal gedrückt jetzt kannst du aber auch links control einfach machen ich habe mal zum auf die andere taste gut dann auf rechts control da habe ich kartoffel ist weggeworfen hier ach so hier war ja die obwohl da wollte ich ja weiter ne ne stimmt ja hier bin ich ja hier raus bekommen ah ja war ja was was mache ich wollte schon sagen was ist da oben aber das war eine fledermaus schon die gleichen paras schon die gleichen hallo sehe ich 123 fledermäuse so waren das eben oder sind schon wieder creeper heftig wenn man so eine para schiebt ne du schiebst ist du hieß liga das ding darum lapis alles mitnehmen ja alles was die pp gibt ja damit wir noch kohle ja ich nehme auch die ganze eisen wieder mit sache pp später noch besser wäre jetzt eine glücksspitzhacke oh jo deswegen fahren mich ja jetzt die pp noch naja die die 30 stecke jetzt genau in der spitzhacke hoffentlich rein oder im bogen mal gucken den bogen brauchen jetzt zum glück nicht mehr habe ich eben glück gehabt wirklich zum glück wollte auch mal wieder ein looting schwert aber kennt das ja ich verliere das so schnell ich habe das ohne looting schwerte gekriegt hat ein bisschen lange gedauert aber naja ist ja egal die zuschauer müssen damit klar kommen dass das mal so sein wird aber dann würde ich sagen wir wenn dann hier die aufnahmen ok und bis zum nächsten mal leute tschau tschau tschüss